Die medizinische Forschung bietet gehörlosen Menschen heute einige Hilfsmittel und die Gebärdensprache gilt als selbstverständliche und eigenständige Sprache gehörloser Personen. Doch das war nicht immer so. Die HFH Hochschule für Heilpädagogik zeigt die Ausstellung Hören, Verstehen. Zahlreiche Exponate und Illustrationen von gehörlosen Künstlern zeigen, wie sie damals gelebt haben, wie sie kämpften und zeichneten ihre Sicht auf. Von mehr als 200 Jahren bis heute gibt es Zeitzeugen wie die Verbreitung des CI, Ohrsalben oder mit den Zähnenhören und mehr. Die Ausstellung steht unter der Führung von verschiedenen Organisationen, der HFH und Künstlern, darunter auch gehörlosen Künstlern. Die Ausstellung läuft seit dem 30. Oktober und dauert noch bis zum 24. März 2014. Die Öffnungszeiten sind von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Veranstaltungsort ist die HFH und das Restaurant Smiley's in Zürich am Berninaplatz.